Der denkt auch, sich die Schokolade aus dem Schrank zu holen, ohne dass die Freundin nicht so leistungsvoll ist. Da-dam, 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 da-dam. Ist so ganz verschmiert. Und wenn sie guckt, sag ich, es ist kack. Ist keine Schokolade, Schatz. M-m-m. Momo? Wir waren Sykusa und ich unterwegs und haben, keine Ahnung, Babys geschlagen und so weiter. Okay, Asgaban, wann bist du bereit? Erzählst du runter? Auf drei, okay? Okay, los. Eins, zwei, drei. Asgaban? Nein! China! Ich bin hängen geblieben links! Sei mal ein Kumpel. Okay, Achtung! Sneasel! Sneasel, das war einfach komplett arschig. Das werde ich auch nicht klippen, Sneasel. Oh, scheiße, ich kann mich nicht zurückhalten. Ja, es ist Demi. Demi ist Traitor. Pop! So, Leute. Ich bin da mal am grabbeln. Mo Boys! Ist No Skigrill auch da? Dann natürlich auch, my girls. Ähm. Shit, Alter. Ich hab' irgendwie... Ich hab' irgendwie... Oh, Alter! Ich hab' irgendwie... Ich hab' einen Depil nicht mehr. Was macht das? Was? Aber Kürtel, ein bisschen Elabermas immer gesund. Boah! Boost! Diese dumme Dreckschwein-Sau! Ich hab' keinen Aim. Nein! Hör doch's Maul jetzt! Shit! Ich will dich boosten! Achtung, hier sind sie! Drei, zwei, eins, go! Wir sind einfach in Berlin. Alter! Ich hab' einen Zapf, wenn ihr die Runde klatscht. Die schnapp's mir extra auf den Zettel. Dark Souls ist die Klatschnummer. Easy. Dark Souls! Wir wollten doch klatschen! Okay, jetzt ist es auf Kopfhöhe. Kopfhöhe. Perfekt. Go! Er ist gesprungen! Actually... Moin! Ciao! Ciao! What's up, bitch? Ciao! Okay, pass auf! Ich mach' jetzt die Maus-Hands ultra hoch! Wo ist er hin? Oh shit! Ich bin in ein paar Minuten wieder da! Er hat ja dieses kleine Loch. Man gewinnt ja so lange nichts, bis man was gewonnen hat, weißt du? Es ist Fahrrad mit Milch... Ich hab' einfach geschossen mit der Pump aus... Oh mein Gott, nein! Nein! Das will sie doch... Jetzt muss es bitte nur noch ge-ketch... 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 Ich kann nicht mehr sprechen. Ich block jetzt erstmal den Nichts-Niesel. Ba-bam! Marjallana! Öh, Marjallana! Wie weit der Pump das schon wieder ist, ne? Das ist Wahnsinn! Oh, ey, da ist ja ein Panzer, Alter! Was... Ey! Roger! Roger Buble ist gerade richtig am Been, ne? Oh my gosh! Ich bin gleich oben! Nein! Ey, ich lau' einfach links durch! Ich... Ich bin oben! Ha-ha-ha! Na, wie weißt du, wie viele Schläge ich doch brauchen? Wer, bis ich ja drin bin, in dem Scheiß! Ah, ich bin drin! Ha-ha-ha-ha! So ein... Weißt du, ein Mädchen in seinem Alter nach vorne bückt und so... Ja... Oh, da hat Pablo mal wieder sich selbst gegönnt! Oh! Kriege ich auch gleich eine Einladung? Nö! Mann, ich... Geile Sau! Oh, geil! Heute fass ich mich noch an! Was? Ich hätte... Adrian... Nein! HAHAHAHAHAHA HKW Rса Spra- Aber wenn der mir jetzt gleich umfällt, ähm, bis der ich mit... Er ist mir schon mal auf den Kopf gefallen, aber da... Das war eigentlich nicht live! Harte mal, ich muss da durch gucken, genau! Ich habe heute wieder Hunger, so wie jeden Tag. Na ja, süffig wird. Nein, 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 Roger, wir sind eben intern, Leute, im intern ist es egal. Also, äh, hallo, ne, 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 ihr könnt gerne deinen mal ganz kurz mal abschießen, bitte. Macht den ruhig mal, dankeschön, dankeschön. Okay, dann sage ich mal, ich bin so alt wie du, minus 10, du bist ja doch ein ganz junger Hüpfer. Hä? 40? Ey, den banne ich einfach weg, Digga. Das Glo hier rein, das hört sich, ne, das hört sich nicht gut an. Doch, geh mal rein. Ne, das ist irgend so ein Traitor-Ding. Ich geh da rein! Aha! Ich geh da rein! Rennen, hast du gerade einen umgekillt? Nö. Das ist doch jetzt ein Scherz, Alter. Wie hat denn das Diesel überlebt, Alter? Ich glaube, bei euch ist es scharf, Alter. Oh nein, der geht da rein! Ey, Jungs, ich habe nicht gesehen, was passiert ist, aber ich glaube, Diesel hat zum Glück überlebt. Stop it! Nein, Diesel! Oh nein! Gretel, ich schwöre, ich habe nichts gemacht. Ja. Ach! Gretel, bist du's? Edel, Mann! Und was, Gretel, was machen wir jetzt aus dieser, aus dieser Begegnung? Kannst du mich hitten? Äh! Okay, ich schieße, Gretel! Äh! Bist du jetzt tot? Gretel, sag ruhig, also du bist... Alter, krass! Wow! Äh, Jan, das ist illegal! Hä? Alter! Leder! Leder. Alter, weggeladert. Lieber Kacke am Schuh als Schuh in der Kacke. Ja, genau. Oder lieber Kacke am Schuh als Kacke im Schuh. Darfst du nicht vergessen. Vor allem, wenn du keine Socken trägst. Jetzt sind sie komplett geliefert. Wir machen sie down. Nee, nee, nee. Nee. Der ist onside, oder? Nein! Oh, schließe, Alter! Oh nein, Daira, wenn jetzt einer hinter dir ist, Alter. Hä? Oh nein! Lungs! Alter, was ist denn jetzt eben passiert gerade? Ufff! Schön. Plant A, plant A. Incoming. Boah, das ist ja gut! War eine schöne Ego, bis jetzt. Ich stehe vor mir. Ich? Alter, ich stehe noch nicht. Ich stehe hinten in dem Gang. Ja, ist okay. Ich stehe hinten. Pass auf, ich spreng ihn fast. Achtung, Achtung. Drei, zwei. Sag mal, ich habe das Hyper-Name. Ach, du, warum? Sag mal. Irgendwann hat er eben geschissen, glaube ich. Denken Sie, diese rasante Geschichte ist frei erfunden, oder wird Ihr Urteilsvermögen von der Wahrheit geblendet? Eins, auf Sieben! Alter, Dark Souls hackt? Okay. Wenn da ein Kind rausrennt, dann hast du es auf der Motorhaube. Ha! Den machen wir fertig, außer wir verlieren. Meine Chicken-Nagels verbrillen! Was ist los mit mir, Gülki? Ja, was ist denn? Timing, das dauerns. Deine Mutter isst gerne Kinder. Oh mein Gott, sorry. Too late. Dark Souls, die hacken, die hacken. Und go. Hier könnte noch einer onside sein, passt auf. Okay. Bombi legst du? Sehr gut. Ihr müsst nicht rangehen. Ja, ich wollte den bei Truck noch zurückdrehen. Ja, alles gut, alles gut. Und jetzt schön safe stehen, aber nicht alle auf dem gleichen Spot. Main, Main, Main ist einer. Main kommt. Ja, gut. Bombi wurde defused. Meistens malen Leute ja auch zuerst, wenn sie angefangen haben zu malen. Oder sie malen erst, nachdem sie angefangen zu haben. Missiii! Es ist nichts kaputt! Was hat... Was hat das Anything? Was hat das Maschner? Ich mache es einen Aufmerksam? Non.